...Miliane Kolbion, ja... Aber ich... Was? Was? Da ist Ricarda mit dabei! Sarah Elektra kommt wieder zum Ring. Sie hat Muraposturus die Tür geöffnet. Das er überhaupt in die Halle kommt. Was zum Teufel passiert hier? Was zum Teufel passiert hier? Zweimal Titelgeuse im Ring. Nein! 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 Was hat der Schwerer als hier verloren? Der Typ ist so überflüssig wie ein Konsumautomat im Batika. Was hat der Typ da verloren? Miss Scandinavia ist auch dabei. Absolut unreal was hier passiert! Absolut unreal! Egal! Fuck! Fuck! Was zur Hölle? Nein! Das gibt's nicht! Der Schwede war's! Der Schwede war's! Der Schwede war's! Verdammt nochmal! Ich glaub immer... Das gibt's doch nicht! Und der arbeitet zusammen mit Muda Posporus und Sarah Elektra! Was zum Teufel passiert hier? 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 Martenson! Du kannst zur Hölle gehen! Der Schwede war's! Wir sind jetzt nicht mehr! Nein! Der Schwede war's! Der Schwede war's! Da ist der Beweis! Er hat's an dir eingeschlossen, diese Drecksau. Diese elende Drecksau. Die Drecksau.